Wissen Sie, äh, diese Namen von diesem, wie nennt es? Chica. Chica. Chica? Ja, aber das, wie, wie, wie sagt man das Deutsche oder von welchem Land bestimmte? Spanische Namen. Ne, ne, ich meine von, von, äh, wie nennt man das, wie Schäferd, äh, deutsche Schäferdhund und verschiedene Namen gibt es von diesem. Nein, das sind keine, äh, die Chihuahuas eigentlich, das sind, äh, ursprünglich, das sind von Mexikanisch. Mexikanisch, das man, das man, aber hat, hat keinen bestimmten Namen. Wie bei, bei, bei Beispiel, diese... Das ist Chihuahua. Chihuahua nennt man Chihuahua. Und wenn das groß ist, wie groß wird es? Sie wird kleiner als der. Ach so. Mhm. Sehen Sie bitte? Ja, bitte. Ja, bitte. Hallo. Hallo, hier. Hier sind Chouke, die haben georgelt. Hier sind kleine, kleine котen, die hier sind. Hier sind Jugendliche. Hier sind youthige, die hier sind. Hallo, hier sind Sie immer noch als M click. Diese für monatlich ungefähr, was kosten die, wenn jetzt für Essen oder für unterhalten, ich meine, für Essen, für sauber halten. Vielleicht monatlich, keine Ahnung, kommt drauf an, wenn man was kauft, aber ich denke noch mehr, nicht als 50 Euro sein. Nichts mehr als 50. Aber dieser Hauptgrund, weil nur zum Wissen, was ist das eigentlich, was Ihnen fasziniert, dass Sie zwei Hunde haben und Sie laufen. Ich mache das Tiere. Tiere. Also wenn für Sie Ihre eigenen Kinder eine Seite stehen und zwei Kinder. Das ist was andere. Ja, dann, weil es gibt Menschen, die mehr Hunde mehr Priorität geben. Ja, aber wenn Sie auch einen Hund haben zu Hause, dann merken Sie das auch, dass es so gleich ist wie eigene Kinder. Die Liebe ist so gleich wie die Kinder. Ja, Sie müssen aufpassen, für jede ist registriert, wie bei Menschen registriert, so bei Meldeamt auch diese sind. Jeder hat auch Arzt, also Sie haben bestimmt, da müssen Sie, also haben Sie nicht jeden Monat Beitrag bezahlen, wie bei AOK oder sowas, bei Menschen? Nein, nicht. Doch, doch, es ist Versicherung, aber das ist freiwillig, wenn jemand will. Aber wir haben das OP-Versicherung gemacht für ihn, das ist monatlich, bezahlen wir 20 Euro. Wenn eine OP etwas ihm passiert ist, eine Operation, dann kostet es uns nicht, aber monatlich bezahlen wir 15 Euro. Aber wie alt ist diese Große? Die Große ist ein Jahr, 13, 15 Monate. Aber die müsste noch wachsen? Nein, ist schon voll. Also das ist voll? Ist schon voll. Und wenn der weggewachsen ist, ist das noch kleiner als dieser? Kleiner als so, ja. Okay. Ja, das ist, ich glaube, das ist Schmack. Aber von Religion her ist es nichts gesagt, dass die Hunde irgendwie in der Religion eine Rolle spielen, oder die haben... Das ist, ich denke mal, das ist von der alten Kultur her. Ja. Das sagt man immer, meistens bei Muslimen. Ja. Wir sagen immer, dass es die Hunde, die sind nicht rein, dass sie nicht sauber sind. Ja. Aber ich glaube an sowas nicht. Ach so. Ich bin selber Muslim. Ach, sind Sie Muslim? Ich bin selber Muslim. Von welchem Land? Iran. Iran, okay. Ja. Und sowas denke ich überhaupt nicht. Mhm. Also Sie lieben einfach wie in dieser Kultur? Ich trage das, was ich mache hier. Alles.